Hey, wusstest du eigentlich, dass ich des öfteren auch live streame? Willst du auch mal bei den Streams dabei sein, alles früher sehen und immer den top aktuellen Content sehen? Dann schau auf meinem Twitch-Kanal vorbei, Link in der Beschreibung. Dann hatte ich mit dem Erzlitsch echt Glück, dass ich den beim ersten Mal gemachte. Ich gebe es ja zu. Geh weg mit dem Woll. Jetzt will ich den echt nicht mehr. Ja, okay. Den stelle ich mir später auch noch sehr stark vor. Bei den Schwerttypen. Wobei wahrscheinlich halt so Charaktere mit krassen Fähigkeiten halt wahrscheinlich immer bevorzugt werden sollten. Geht. Jetzt hier, um durch die Level zu kommen, ist der auf jeden Fall besser als der Wolf. Finde ich. So. Das ist die Bäume direkt, wenn sie spawnen, auch nochmal ihren Angriff machen. Zal doof. Zal doof. Zal doof. Zal doof. Zal doof. Zal doof. Erhöhung. Zal doof. 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 Ich finde den nicht krass, irgendwie. Chargen? Ich kann Abilities gedrückt halten? Ach, seine. Ich dachte... Ach, die Leute. Ah, das erklärt, warum der Ball so doof fällt. Der wird größer. Ja, okay. Aber zum Clearen ist es mega, wie gesagt. Wee. Funk. Oh, der Minotaurus. Verklank hier erst fuck, der Minotaurus. Für sowas ist ein Fernkämpfer halt immer praktisch. Ah, mees. Wenn ich den God of War skull chargen kann, das wusste ich. Aber mach ich auch nicht. Charge eigentlich auch nie. Eigentlich passt das auch nicht zu mir. Aber jetzt für den Boss könnte das cool sein. Ah, ich bin ein böser Baum. Sag, Sie Überzeugung. Tens comput aus. ... ... ... Das war's für heute. Aua Gott dammit Viele Gehtner sind da schnell, da wird man geschlagen. Ja vor allem in späteren Devils Erlebner Schaden verursacht Angriffe und Einfrieren bei in der Nähe empfinde ich ihn. Okay Klingt okay. Kann man nehmen 30 30 Da 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 Das war so klein. Warum frage ich überhaupt? Da 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 Auch jedes Mal andrehen Oh fucking hell Moment, 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 Moment Laserbeam Okay Oh Wie lange kann man aufladen? Bis das grün... Ah, bis das da unten voll ist. Oh lol Es dauert leider viel zu lange, bis das kommt, aber es ist cool Final Fantasy 7 dort mp4 Meteor Let's go Hm Hmm Ne Die ни Die elements die als die ja aber dann die 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 haben Wollt' gar nicht wechseln, scheiße. Fuck, jetzt kommt der Boss. Schnell aufladen. Ich krieg' zu viel Damage, man! Ich hab's aber mal durchgezogen. Und der Dieb, der Ninja hat nicht einen Damage bekommen. Der ist noch komplett voll. Nur die Heilerin ist down. Da haben wir das Beispiel eines schnellen Gegners, wo das nicht funktionieren. Ah! Ah, suddenly sehen wir serious aus. Shit. Das ist natürlich geiler. Ja, das ist geiler, okay. Außer man verdrückt sich, dann ist nicht so geil. Ja. 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 Ja, eindeutig. Ja. 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 Beide Übersetzungen und so, denke ich auch. Wieso muss es immer der Mond-Dude sein? Dieser Mond-Typ, ne, der geht mir so auf die Eier, der kommt hier so viel. Da ist schon wieder einer. Da ist schon wieder der Mond-Dude. Gini weiß ich gar nicht, wie das geschieht. Ich glaube, Gini ist Englisch schon wieder, aber Gin wäre Deutsch. Gini auch? Okay, das weiß ich nicht. Das kenn ich so nicht. Flaschengeist, okay. Ah, Knack! Das ist der letzte Try, by the way, Chat. Ich werd's nicht schaffen. Weil ich den Move schon allein nicht durchkriege bei ihr. Oh, doch hab ich. Nice. Hab ich mal jetztlos. Auf den Weg. Auf der Weg. Lesen Sie das, dass ich los. Auf das ist. Ver okay? Auf das ist schonmal. Ach so. Ich hab auf das. Não, ich hab mal die Rechte. Also mal die Rechte. Ach so mal was. Passt пол. Ach so. Ach so. Ach so. Fuck. Ah, es lohnt sich schon, die zu hitten. Die hat weniger AP. Alter. Doofe Kuh, Alter. Ich hasse dich. Oh mein fucking Gott. Nein. Oh, ich hab's geschafft. Ich lacke. Ich hatte noch zwei AP oder so. Oh. Vier. Vier AP. Vier AP. Hi, Mann. Hätte gerne 100 Knochen. Kann ich seinen nehmen? Was passiert hier und warum sind hier fette Kugeln? Warum will ich hier einfach nicht sein? Oh Gott, das ist ja noch gar nicht alles tot. Äh. Ist da unten noch irgendwas am Leben? Ja, tatsächlich. In der hintersten Ecke. Ach, es kommt noch mehr. Die Gegner spawnen nicht, wenn man noch nicht runterfällt. Oh, wow. Ich dachte, ich muss immer den Raum killieren. Ätzend. Fuck, das wollte ich genau nicht. Sayonara. Das ist schon geil. Oh, ich hab sogar sie schon befreit. Oh. Das ist schon geil. Aber das ist schon geil. Oh. Oh, Mann. Oh. 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 Ich hab deinen größten Feind. Spitzhacke. Komm. Du hast halt zu lang gechargt. Ja. Oh fuck. Hilfe. Don't warn me. Kann der mal aufhören mit seinen... Na scheiß hinter mir herzuschießen? Alter. Was ist mit diesem Golem? Okay. Was ist mit diesem Golem? Jetzt haben wir wieder einiges zum Aufwerten. So, jetzt haben wir das auf 10. Mehr geht nicht. Gucken wir, was wir in den Kopf kriegen würden. Den Dieb. Okay. Hey. Hey, hey, hey. Okay. Hey. 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 Bis zum nächsten Mal.